Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht endlich, endlich, endlich weiter mit Fire Emblem Heroes. Oh mein Gott, ich habe drei Wochen nicht gespielt. Ich bin einfach richtig fertig. Und jetzt auch wieder so glücklich. Ich habe das Spiel vermisst, ich habe euch vermisst. Ich bin so froh, wieder Videos machen zu können. Oh, und es ist so viel passiert. Ich konnte ja, da ich nicht mal mehr an meinem Handy spielen konnte, nicht mal mehr gucken, was eigentlich so abging. Ich weiß eigentlich nichts. Also so gut wie gar nichts. Ich muss jetzt die nächste Zeit mal schauen, dass ich alles hochlese, was eigentlich passiert ist. Die ganzen Updates, die gekommen sind durch 1.7.0 und boah. Ja, eins, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, was neu war. Nämlich ein neuer Emulatorschutz. Ich dachte, ich nehme gestern schon ganz fröhlich in Ruhe auf und was passiert. Der Emulator stürzt einfach sofort ab. Und ich konnte auch nicht ans Handy und da gucken, was los ist im Spiel, weil das Spiel ja darauf auch schon seit Juli nicht mehr ging. Seit 1.6.0 und ich habe dann die ganze Nacht damit zugebracht, es zum Laufen zu kriegen. Aber es läuft. Es läuft endlich wieder. Und es läuft sogar noch besser als mit Blue Stacks vorher. Meine Güte. Ich bin so happy. Ich bin so froh. Jetzt nimmt alles wieder einen guten Lauf. Ah, und ich habe es auch gerade so geschafft. Wir haben jetzt den 12. bis zum 15. kann ich noch bei dem Choose Your Legend Event mitmachen, beziehungsweise die Gratisbeschwörung mit abgreifen. Sehr, 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 sehr wichtig vor allen Dingen. Denn die Helden, die haben, Alter, die sind so OP. Also ich fand sie OP, wenn man bedenkt, wie der Rest sonst mittlerweile war von den Neuen. Hat sich gerade irgendwie die Musik verändert, als ich hierhergegangen bin? Hm, ich wähle mir, glaube ich, zu viel ein. Aber naja, Special Roy, Special Lynn, Special Lucino und Special Ike. Und ja, diese tapferen Helden wurden gewählt, ich glaube, so um Dezember, Januar rum. Jedenfalls gab es da irgendwie so einen Wahlgedöns in Japan. Und da sollte man eben seinen Lieblingshelden bestimmen, auswählen und die sind es dann geworden. Und ja, ich glaube, es war nicht so wirklich klar, warum das alles so passiert ist, beziehungsweise ich habe da ja noch nicht gewusst, dass es Fire Emblem Heroes geben wird. Ja, und die Helden sind jetzt hier eingefügt. Ganz toll. Ich hoffe, ich kann mir in den nächsten Tag los anlesen zu dem Event, was da genau passiert ist und so weiter und so fort. Ansonsten gehe ich auf den ganzen tapferen Heldenkram nicht unbedingt so viel ein, weil, äh, ja, das läuft jetzt schon seit zwölf Tagen. Ich denke, ihr alle habt genügend Wissen, was es dazu zu wissen gibt. Okay, und ja, meine Wahl fällt schweren Herzens auf Lynn, auch wenn sie sowieso die stärkste ist, laut der normalen Tierlist. Denn, äh, ihr wisst ja, ich würde lieber einen Hasbando nehmen. Roy oder Ike, aber eigentlich am liebsten eher Roy, weil, oh Gott, so einer meiner Lieblingscharaktere seit Super Smash Bros. Millie. Aber ja, wir haben auf diesem Account keinen Bogenschützen und ich ziehe ums Verrecken auch keinen mehr, glaube ich, in diesem Leben. Zumindest jemanden, der brauchbar ist. Also wird es OP-Lin. Was muss, das muss. Komm in meine Arme, komm in mein Team, endlich. Wünsche, es könnte immer sein zu wissen, dass irgendwas Gutes bei rumkommt. Die kühne Dame, Linda. Willkommen. Oh, Lindes heißt sie. Interessant. Boah, und auf dem Pferd. Das ist auch eigentlich schon richtig, richtig hässlich. Also nicht hässlich im Sinne von, äh, ne, sondern einfach hässlich im Sinne von verdammt unfair. Die kommt urschnell überall hin und kann dann noch auf Distanz mit den Pfeilen schießen. Und dabei ist sie ja noch schnell. Hm, ach ja, da war ja was. Aha, 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 aha. Ja, ratet mal, wer darüber hinaus auch nicht aufräumen konnte. Und ich weiß jetzt natürlich auch anheblich, wen ich alles wegwerfen kann. Denn dumm habe ich mir hier schon, damit ich ein paar Helden mir zusammenbauen, basteln und so weiter kann, alles zurechtgelegt. Aber naja, mal gucken. Hm. So, du warst eigentlich nie so wirklich von Nutzen. Aber egal, gucken wir uns natürlich erstmal den an. Oh, wie immer weiß ich nicht, wo die Helden mir landet sind. Ach da. Okay, Mulagir, Drachenblick. Oh ja, aus den Werten kann ich natürlich auf Anhieb nicht wirklich was Besonderes lesen. Aber die gibt es dann wahrscheinlich auch immer in unterschiedlichen. Also nicht, dass jeder, nur weil wir jetzt alle die Chance haben, den gleichen, also uns auszusuchen, welchen Helden wir wählen, dass die auch alle die gleichen Werte haben, kann auch Pech haben. Und ich denke, das werde ich auch bestimmt gehabt haben. Irgendwas Minus Speed oder so, wie immer. Effektiv gegen fliegende Einheiten. Jupp, jupp, jupp. Das ist immer wie gehabt. Mulagir. Effektiv gegen Flieger, verleiht Geschwindigkeit. Plus drei ist der Gegner Magieanwender. Während seine Boni zum Beispiel... Verschlucke ich mich ja gleich. Oh, ist das böse. Ist das böse. Angriff noch erhöhen, ins Schwarze. Ja, wieso nicht? Zwei A. Sehe ich das gerade richtig? Ah, nee, nee, das gehört noch dazu. Ah, okay, gut. Dacht schon. Okay, Flinkerspatz. Das kennen wir ja schon von Baninusina. Sakai, Seikeis, Segen. Okay, Gegner mit Schwert, Lanze oder Axt können keine Gegenangriffe durchführen. Ähm, das ist ja nett. Das ist ja sowas von... Boah. Angriff, Rauch 1. Nach dem Angriff... Äh, okay. Angriff Minus. Bei Gegnern im Umkreis von zwei Feldern um das Ziel bis zum Ende der nächsten Aktion. Okay. Angriff Rauch. Das klingt eher wie ein Angriff Rauch, aber na gut. Wahrscheinlich müssen wir dazu nicht angreifen, sondern wir können einfach da in der Nähe so stehen. Ja gut. Ja, Lan. Das sieht doch ganz nett aus. So, und ich hoffe, dass bei der Aufnahme hier auch alles einigermaßen gut läuft, denn, äh... Ich hatte ja vorher auch noch Probleme, dass die Videos asynchron geworden sind. Jetzt habe ich eine andere Grafik gehabt und eigentlich müsste es alles synchron werden können, aber dummerweise... Könnte es vielleicht sein, da ich jetzt natürlich erstmal noch mit mehr Power aufnehme, weil, äh, wir können ja mehr schaffen. Äh, könnte es sein, dass es doch wieder zu irgendwelchen Hakeleien kommt. Wir sehen es dann aber gleich. Beziehungsweise, ihr seht es ja gerade. Ich werde es sehen, wenn dieser Part online ist. Nein, wenn er gerendet ist. Ich sehe das ja nicht erst, wenn ich ihn hochlade, ob der asynchron ist. Sondern ich sehe es schon in meinem Bearbeitungsprogramm. Tschüssi. Du kommst nämlich noch weg, denn ich möchte zumindest... Nein. Genau, ich möchte zumindest noch ein paar Mal versuchen, an Roy ranzukommen. Ja, denn wir haben ja für Atskämpfer ganz gut, also sind wir mit Eid gut bedient. Mit Lanzenleuten kann ich mich auch kaputt schmeißen. Eigentlich mit Schwertkämpfern auch, aber es ist Roy. Deswegen hängen wir das nochmal dran. Ich habe online auch noch gesehen. Uh, das sieht ja gut aus. Ach, was soll der Geiz? Da nehmen wir gleich direkt alle mit. Dass die Raten für... Hm, Lobi auch immer nicht. Solange nicht beschworen. Ohohoho, ich bin so glücklich. Aber auch teilweise echt deprimiert gewesen, weil ich konnte Strandsender nicht beschwören. Da ist in mir etwas mehr als nur gebrochen. Das hat so sehr im Herzen wehgetan, das kann ich euch gar nicht sagen. Oh, hallo, Friderin. Schön, dich habe ich gerne im Team. Noch jemand für das Horsemblem? Naja, äh, ja. In mir sind... Also, zu viel zerbrochen. Ich glaube, jetzt kann mir fast alles egal sein, wenn ich jemanden nicht kriege. Das war so schlimm. Und dazu dann jetzt noch die ganze Zeit nicht spielen zu können. Ah, ja. Ich bin ein anderer Mensch. Quasi könnte man sagen, ich habe den Cold Turkey genommen und muss von meiner Sucht lösen. Was natürlich nicht geklappt hat. Ja, ein dazu! Und dann auch noch... Oh, oh. Es läuft so gut gerade. Oh, ich bin so happy. Ich habe den... Ich versuche den überall zu kriegen, aber immer nur drei Sternen für mein Team. Und jetzt endlich. Oh, oh. Danke, Arjen, Jesus. Es ist zwar nicht Roy, aber du bist nett zu mir. So, okay. Ja, leider muss ich jetzt ja wieder aufräumen. Aber ja, das mache ich auf jeden Fall offscreen und beschwöre wahrscheinlich noch weiter, weil gerade läuft es einfach zu gut. Das kann ich mir nicht durch die Daten gehen lassen. Ich freue mich, zurück zu sein. Ich hoffe, ihr auch und dass wir uns dann in den nächsten Part sehen. Ich werde gucken, was ich an Events so alles abdenken kann. Ja. Ja, ne? Ja. Ah. Wundervoll. Also bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.